Für viele ist es ein Stückchen Heimat, für andere einfach ein schönes Urlaubsziel. Ein Fleckerl Erden in der Mitte von Österreich, dem südlichsten Teil im Salzburger Land. Idyllisch mit Charme und unvergleichbarer Naturbelassung kann man da den anstrengenden Alltag hinter sich lassen. Unser Damsweg, eine Art mit Tradition, Brauchtum und ganz besonderen Leuten. Eine lebendig gelebte Gemeinschaft und ein geselliges Miteinander. Das zeichnet unser Damsweg aus. Das Fleckerl Erden ausgefüllt mit schönen, lustigen und liebevollen Erinnerungen und Erlebnissen. Die Großeltern haben es aufgebaut und wir dürfen unsere Träume und Ideen genau da jetzt verwirklichen. Unser Lärchbald ist nicht nur ein kleines Paradies für große und kleine Entdecker. Es vereint auch die ländliche Geborgenheit des Lungaus mit dem Komfort unserer Zeit. Ein besonderes Platz für besondere Momente. Wir freuen uns auf euch, ab Dezember 2021.